Hallo Leute, guter Tag, wir sind in den Norden angekommen, Moment, hinter uns ist die Nordsee, weil wir sind ja in Osttugiesland, da ist die Nordsee, werden jetzt so ein kleines bisschen Video hier am Strand aufnehmen, werdet ihr dann den nächsten Mal sagen, was wir tun zu können, oder wir riechen Kanäle. Riechen könnt das nicht, aber wir riechen das nicht. Und vielleicht seht ihr auch den Wind. Ja, es steht alles zu da. Genau. Ja, dann bis bald.